Vorweg der Kommerz. Der am wenigsten gelesene Schriftsteller Europas meldet sich zu Wort. Er schreibt im Schatten, verborgen vor den Blicken der Welt. Somit mich zu lesen ist ein sehr, sehr exklusiver Club. Die Unfertigen. Diese Geschichte handelt von Sex. Sie handelt von Freundschaft und sie handelt von München. Trixi, Kevin und Gordon teilen sich eine Wohnung in München. Trixi ist eine Hobbyhure, Kevin ein schwuler Stricher. Gordon ist ein gealterter Lebenskünstler, der zwar alles auf der Welt gesehen hatte, doch erfolglos geblieben ist. Trixi hat eine Idee. Sie lässt sich von einem Arzt ihr Hümen wiederherstellen, um ihre Jungfräulichkeit für viel Geld an einen reichen Araber zu verkaufen. Doch dafür braucht sie die Hilfe ihrer beiden Mitbewohner. Erwartungsgemäß läuft nicht alles nach Plan. Dies ist also eine freche, subversive Erzählung, die München, Schickimickis und Gentrifizierung gleichermaßen auf die Schippe nimmt. Aber auch die hypersexualisierte Gesellschaft und ihre sichtlich verdümmenden Dimensionen. Eine perfekte eskapistische Ablenkung in der präapokalyptischen Ära. Schmunzle noch ein einziges Mal, bevor diese Zivilisation krachend in den Abgrund stürzt. Zu finden nun einerseits in meinem obskuren E-Shop oder, wenn es sich nicht anders vermeiden lässt, auf der Zombie-Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist. Zivilisation krachend in den Abgrund stürzt. Hallo und willkommen zu der nächsten Ausgabe von zu fremden Gestaden, meiner kleinen, unscheinbaren Videoserie über Corto Maltese von Hugo Pratt. Und wir stecken ja mittendrin in dem dritten Band und immer ein Stück weiter, das fünf Geschichten beinhaltet, die seinerzeit als einzelne Geschichten behandelt wurden und erst im Nachhinein eben in einem Sammelband aufgegangen sind. Aber das war auch keine schwere Arbeit, denn Hugo Pratt beherzigte unentwegt kleine Scharniere zwischen diesen Erzählungen, sodass sich dieser Fix-Up-Prozess sehr gut umsetzen ließ. Und hinterher wirkt so ein Band sehr kohärent als eine Reihe aus fünf einzelnen Erzählungen, die aber aneinander doch immer ein bisschen auch anknüpfen und somit auch ein starkes Gefühl eines gesamten großen Bildes, das mit der Südsee-Ballade begonnen hatte, vermitteln. Und diese zehnte Geschichte trägt den Titel Voodoo per il presidente, Voodoo für den Präsidenten. Voodoo für den Präsidenten ist eine recht ungewöhnliche Geschichte. Zuerst erleben wir Kortos' Rückkehr nach Barbados. Das ist ja dann auch hier in Bridgetown. Denn Korto ist ja eigentlich auf dem Rückweg von dieser fiktiven Insel Moskito, wo sich die vorherige Geschichte abgespielt hatte, die aber augenscheinlich wohl irgendwo hier in den Jungfern-Inseln, westlich von Puerto Rico, ist. In Barbados sammelt er erst mal Dr. Steiner auf, der in Kortos Abwesenheit zumeist dem Alkohol verfällt und sich auch diesmal in einem lokalen Gefängnis wiederfindet. Korto bezahlt die Kaution für ihn und die beiden können sich auf den Weg begeben. Und Korto Maltese nimmt Dr. Steiner mit zu einer Insel mit dem Namen Porte du Cal. Das ist augenscheinlich eine erfundene Insel. Und Hugo Pratt wird da ganz meta, gerade durch dieses Paneel hier, in dem er sagt, die Insel taucht immer ganz plötzlich auf, wie durch Magie. Das ist so Hugo Pratt's Art, uns zuzustecken, dass das eine erfundene Insel ist. Es ist fast, als würde er sagen, spart euch den Weg zur Landkarte, ihr werdet diese Insel dort nicht finden. Und Porte du Cal ist ein kurzlebiger Staat, der sich von den britischen Kolonialherren befreit hatte und dessen Bewohner dem Voodoo frönen. Korto erwähnt hier auch Ogun Ferail, diesen enigmatischen Namen, der sich durch mehrere Bände durchzieht und in der Legendenwelt von Voodoo und Macumba und Condombley eine Art Geist ist. Ein rätselhafter Emissär taucht hier auf, der Korto in Kenntnis setzt, dass in der Stadt gerade eine Gerichtsverhandlung über Soledad Lockhart abgehalten wird. Wir sind also tief in eine surreale, geradezu traumartige Welt abgestiegen. Etwas, das Hugo Pratt immer wieder Spaß macht. Hier konnte er beliebig dann mit den Regeln der Plausibilität brechen. Also in dieser Geschichte geht es um Zombies, allerdings nicht im Sinne von Zombies, wie sie in unserer Zeit durch Film und Fernsehen popularisiert wurden, sondern im Sinne ihrer ursprünglichen Bedeutung. Der Zombie ist ein Mensch, weder tot noch lebendig, der durch die Mächte des Voodoo in diesen dumpfen, apathischen Zustand versetzt wurde. Und auf der Insel gibt es ein Gesetz, das es bei Tode verbietet, Menschen als Zombies auf den Feldern arbeiten zu lassen. Und offensichtlich wurde Soledad Lockhart genau dieses Vergehens angeklagt. Corto geht natürlich auf direkten Wege in den Gerichtssaal, allerdings mehr aus Neugierde, als mit der Absicht, Soledad beizustehen. Denn er hat ja das Problem, dass Soledad ihn damals angeschossen hatte, und das hat Hugo Pratt nicht vergessen, und er daraufhin für Wochen sein Gedächtnis verloren hatte. Als er dann dieses Gedächtnis aber dank Dr. Steiner wieder zurückerhielt, Dr. Steiner hat ihm ein paar Psylotrips verpasst, konnte Corto Maltese sich allerdings an nichts mehr erinnern, das seit dem gefallenen Schuss geschah, und damit seine ganzen Erlebnisse auf der Insel vor der Moskitoküste, also die letzte Geschichte im Zeichen des Steinbocks. Corto unternimmt zwar wenig, um Soledad zu helfen, aber da er selten den Mund halten kann, bringt er sich natürlich vor dem Staatsanwalt in Schwierigkeiten und wird letztendlich ebenso verhaftet. Das Ganze hat große Ähnlichkeiten mit einem kardassianischen Gerichter für all jene, die diese Anspielung verstehen. Dr. Steiner, als er von dieser Sache erfährt, bricht er so gleich auf, um Corto zu helfen. Wie gesagt, bricht diese Geschichte unentwegt mit sämtlichen Regeln der Plausibilität, als wäre man eben in einem Traum gefangen, dessen Regeln eben von unserer Wirklichkeit etwas abweichen. So marschiert Steiner auf direkten Wege zur Villa des Präsidenten und lässt uns wissen, dass er von früher den Präsidenten nämlich kennt, da die beiden 20 Jahre zuvor dieselbe Vortragsreihe an der Sorbonne besucht haben. Das klingt wie eine weitere Verrücktheit Steiners, doch zu unserer Überraschung stellt sich das als die Wahrheit heraus. Das Personal in der Villa geht auch so gleich auf ihn ein und lässt ihn reinkommen. Während sich sozusagen all das abspielt, entsteht im Hintergrund eine Art Volksaufstand gegen diese Voodoo-Regierung. Nicht, weil die Inselbewohner gegen Voodoo wären, sondern eher, weil sie erkennen, dass sie belogen werden. Am Ende geht es hier nur um Macht und Reichtum. Spätestens hier zeigt sich, dass der Präsident dieses Landes seit Jahren tot ist und die Regierung ständig nur seine stumme Mumie präsentiert. Das ist also auch mehr eine Art politischer Symbolismus, den hier Hugo Breit praktiziert. Und auch das mutet so seltsam zeitgeistig modern an, finde ich. Ich würde ja sagen, dass gerade die USA gegenwärtig das Problem hat, dass sie nur noch diese grausig uralten Männer als Politiker und Präsidenten einsetzt. Also dement, trottelig, mumienhaft. Und jeder weiß, dass im Hintergrund die Drahtzieher jeden Auftritt der Mumie kontrollieren. Hugo Pratt mochte dabei an einen anderen Politiker seiner eigenen Ära gedacht haben. Und natürlich, wir erfahren nicht, wer die große Maske, wie er genannt wird, ist oder wie er aussieht. Soledad und Corto können sich dann endlich aussprechen. Und Corto staunt nicht wenig, dass das Vermögen, um das hier gestritten wurde, in Wirklichkeit zur Hälfte ihm gehört, da es mit den Perlen gekauft wurde, die damals Soledad und der Karibe Jesus Maria in Cortos kleinem Segler fanden. Witzig ist, was Corto hier sagt, aber eigentlich gefällt mir die Rolle des rätselhaften Fremden ohne Erinnerung, so traurig es ist. Das ist die typische Selbstdarstellung von Corto Maltese. Eine typische Situation zwischen einer Frau und Corto. Soledad hatte einen Frachter nach Nassau bestiegen und dafür liegt die Jol, die er damals Corto gegeben hatte, im Hafen. Und so übernehmen Dr. Steiner und Corto Corto Malteses altes Boot und segeln Richtung Süden. Und das war dann schon die ganze Geschichte. Ebenfalls eine der eher verrückteren. Aber das ist noch beim Weiten nicht alles. Noch verrückter wird es bei der nächsten Geschichte mit dem Titel La Laguna dei Beisogni Die Lagune der schönen Träume. Also bis zum nächsten Mal. La Laguna dei Beisogni